Goldrausch, Ölboom, Hippies und Hightech. Kalifornien, die fünftgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, ist und war schon immer einen Schritt voraus. Wir versuchen Schritt zu halten mit der Natur. Ob Verkehrskollaps oder Klimawandel, Probleme sind Ansporn und Scheitern gehört dazu. Meine größte Motivation ist es, die Welt zu retten. Hier trifft Kapital auf kluge Köpfe. Es gibt so viel Kapital. Es gibt jetzt Billionen, Trillions of Dollars. Rebellion und Unternehmertum sind kein Gegensatz. Frei von Ängsten und Selbstzweifeln ist alles erreichbar. Ob Tech-Guru oder mittelloser Student, in Kalifornien hat jeder seine Chance. Es gibt diesen Unternehmergeist. Die Post-Hippie-Generation will mehr als Geld verdienen. Sie tritt an, die Welt zu retten. Wir müssen die Ernährung besser, gesünder und nachhaltig machen. Kalifornien, die Zukunft im Blick und 300 Sonnentage im Jahr. An der Technischen Universität in Pasadena, nahe Los Angeles, arbeitet man an der Rettung der Menschheit. In absehbarer Zeit soll Energie aus Wasser und Sonnenlicht erzeugt werden. Pflanzen tun das seit Jahrmillionen. Wir arbeiten hier an der künstlichen Photosynthese. Wir versuchen Pflanzen nachzuahmen, künstliche Blätter und Bäume herzustellen. Allerdings nutzen wir dafür keine organischen Stoffe, sondern anorganische. Das Gute daran, anorganische Stoffe können nicht sterben. Bäume sind umständlich. Die müssen zuerst leben, bevor daraus Brennstoffe entstehen können. Natürlich ist das sehr ambitioniert, aber wenn wir das schaffen, sind wir einer nachhaltigen Zukunft einen riesigen Schritt näher gekommen. Dazu mussten die Wissenschaftler am eigens gegründeten Institut zunächst die Arbeitsweise der Pflanzen dechiffrieren. Welche Materialien die besten Katalysatoren für den angestrehten Prozess sind, versuchen die Wissenschaftler zu erforschen, indem sie unzählige Reihentests mit unterschiedlichen Stoffen, Temperaturen und Oberflächenbehandlungen durchführen. So entsteht eine riesige, weltweit einzigartige Datensammlung, die dann als Grundlage für die Weiterentwicklung dient. Wir suchen hier nach Materialien, deren Eigenschaften sich für die Herstellung von Treibstoff aus Sonnenenergie eignen. Sie sollten Licht sehr schnell absorbieren und die Energie effizient nutzen, um eine von uns gewünschte Reaktion anzutreiben. Vor wenigen Jahren hieß das, Wasser aufzuspalten. In Deutschland versuchen Forscher genau das zu tun. Sie suchen Stoffe, welche die Reaktionsenergie bei der Aufspaltung von Wasser senken. Das haben wir am J-CAP in den ersten fünf Jahren der Forschung auch gemacht. In unserer zweiten Forschungsphase suchen wir immer noch sonnenenergiegetriebene Reaktionen. Allerdings geht es jetzt um Katalysatoren, die uns helfen sollen, mehrkettige Kohlenstoffe zu bilden. Bei der Spaltung von Wasser arbeiten die Wissenschaftler an Verfahren, Wasserstoff im industriellen Maßstab herzustellen. Im Laborversuch funktionieren die Verfahren bereits. Sehen Sie, die linke Seite produziert Wasserstoff, die rechte Seite Sauerstoff. Wenn man das direkte Licht ausschaltet, müsste es aufhören, so wie jetzt. Im Wesentlichen können Sie sehen, dass die funktionalen Materialien schräg übereinander gestellt sind, wie eine Jalousie. Durch eine Membran getrennt wird hier Sauerstoff und Wasserstoff erzeugt. Die Katalysatoren sind lamellenartig angeordnet. Es sieht aus wie ein herkömmliches Solarpaneel, das man sich aufs Dach stellen kann. Aber statt Strom produziert es Wasserstoff und Sauerstoff, wenn man das jetzt mit Wasser füttert. Parallel zur Optimierung der Wasserspaltung erforschen die Wissenschaftler unter Hochdruck die Herstellung von Treibstoffen aus Kohlendioxid. Das hier ist unsere Testzelle. Durch diese Leitung wird CO2, also Kohlendioxid und Wasserdampf eingeführt. Dort trifft es auf eine Katalysatorschicht. Das sieht so aus. Was da drin passiert ist, dass das Kohlendioxid über das Kupfer fließt. Wenn wir das Ganze dann unter Strom setzen, wird das Kohlendioxid mit dem Wasser reagieren und es entstehen unterschiedliche Produkte, wie etwa Ethylen, Ethanol oder Methylen. Das sind sehr nützliche Produkte für die industrielle Produktion oder als Treibstoffquellen. Wir versuchen Schritt zu halten mit Mutter Natur. Sie ist eine der besten Wissenschaftlerinnen überhaupt. Sie hatte Millionen Jahre Zeit, all diese Dinge zu tun. Einige Leute sagen, dass Photosynthese eigentlich ein ineffizienter Prozess ist. Die Effizienz liegt bei etwa einem Prozent. Schaut man sich aber die Produkte an, die gemacht wurden und wie sie Tag für Tag gemacht werden, kann ich nur sagen, der Mensch ist unglaublich weit davon entfernt. Wir sind immer noch dabei zu untersuchen, wie das eigentlich alles funktioniert. Wir müssen Grundlagenforschung betreiben, um die unterschiedlichen Photosysteme zu verstehen, welches die Katalysatoren sind und wie daraus Zucker wird. Was die Natur seit Jahrmillionen kann, wollen die Experten nicht nur nach, sondern besser machen. Die Energieausbeute soll zehnmal höher sein als die der Bäume und Büsche. Das ist der klassische Weg von Kalifornien. Wir fangen an und die anderen Staaten kommen nach. Das hat natürlich mit den Erfahrungen zu tun, vor allem beim Thema Umwelt. Viele Studien und Verordnungen haben ihren Ursprung hier, weil es einfach große Umweltprobleme gibt. Und damit andere nicht dieselbe Erfahrung machen müssen, geht Kalifornien voran und sagt, lasst uns da ein Riegel vorschieben. Lasst uns das beenden. Wir haben hier in L.A. so viel Smog, aber das will doch keiner von uns hier. Beim Erzeugen von Problemen, ob Umweltverschmutzung, exzessiver Energieverbrauch oder CO2-Ausstoß, Kalifornien ist immer in der Spitzengruppe. Doch auch beim Lösen der Probleme sind sie immer voraus. Ich würde nicht davon reden, dass wir den Planeten retten, aber ich freue mich darüber, dass ich bei einer Sache mitmache, die gut für alle Menschen ist. Wir wissen doch, dass es den Klimawandel gibt und dass CO2 ein Treibhausgas ist. Und selbst wenn man nicht an den Klimawandel glaubt, kann man sich doch fragen, warum man nicht alle Produkte, die in einem Prozess entstehen, nutzt. Warum soll man CO2 einfach verschwenden, statt es zu nutzen? Die Anziehungskraft der Westküste ist für Spitzenforschung einzigartig. Aber die Bay Area, San Francisco und die umliegenden Städte gleichen seit Jahren für Investoren aus aller Welt einem gigantischen Monopoliespiel. Anders als in Deutschland ist die Lust am Risiko gepaart mit Durchhaltevermögen der Schlüssel zum Erfolg. Uli Maybach, Urenkel des ersten Autobauers, und Altura Evers, kennen beide Welten. Mittlerweile kommt Kapital überall hier. Jetzt in the family offices, ne? So, die Vermögen von die Großfamilien, Walmart oder was weiß ich, die haben auch alle jetzt Venture Capital Arms und die investieren auch. Und jetzt kommt auch die Sovereign Wealth Funds, ne? Die Araber, die investieren. Saudi-Arabien, United Arab Emirates, die sind alle jetzt, so ist, es gibt so viel Kapital, es gibt jetzt, es kommen Billionen, ne? Trillions of Dollars auf dem Markt und die wollen alle in Technologie. Ja, und es werden auch viele Sachen hier gemacht, wo viel Geld ausgegeben wurde und auch verloren wurde. Muss man erkennen, ja? Man kann nicht nur eine R&D Company sein und denken, ja, ich verdiene jetzt ja auch mein Geld mit irgendwas in der Produktion. Ja, es muss ja irgendwas da rauskommen und dann auch irgendwie wirtschaftlich werden. Also schon zu erkennen, wir haben hier, wie gesagt, unser eigenes Wetter und man findet manchmal nicht seinen Weg darin. Ich denke, letztendlich muss man was auf die Reihe bringen, Produktion machen und dann verkaufen können. Neben Energie und Klima ist Mobilität eines der drängendsten Probleme der Zukunft. Vor allem in den Wirtschaftszentren der Industrienationen, wo Millionen Pendler arbeiten. Und Milliarden Stunden im Stau stehen. Doch natürlich aus Kalifornien kommt eine Idee, die ähnlich wie das erste iPhone den Markt durchwirbeln könnte. Wie stets bei bahnbrechenden Ideen beginnt alles in einer Garage. Meine Idee war es, das perfekte Pendlerfahrzeug zu schaffen. Man könnte gut damit zur Arbeit fahren. Man kann es einfach parken. Es ist sehr leicht und sparsam. Man käme mit einem Dollar ungefähr 150 Meilen weit. Das ist die Zukunft des Transports. Das ist das Ford Model T des 21. Jahrhunderts. Der Ford T, das erste Massenprodukt der Automobilindustrie, wurde 15 Millionen Mal verkauft. Wir haben ein riesiges Verkehrsproblem hier in der Gegend. Viele Leute pendeln 30, 40 Meilen jeden Tag von San Francisco nach Palo Alto oder Mountain View. Aber das ist nicht nachhaltig. Wir brauchen Lösungen wie das hier. Und weil dieses Problem ja nicht nur hier, in der Bay Area existiert, sondern auf der ganzen Welt hat das ein riesiges Potenzial. Dabei geht es nicht nur um die Umwelt, sondern auch um das riesige Staubproblem. Man kann damit einfach so ungemein viel Zeit sparen. Die große Motivation, die dahinter steckt, war wirklich die Welt zu retten. Ich bin einfach von Natur aus ein sehr neugieriger Mensch und ich erfinde gerne Dinge. Die hier haben wir selbst entwickelt. Das sind Kreisel zur Stabilitätskontrolle. Bisher hat man die nur in der Raumfahrt angewendet für die Ausrichtung von Satelliten. Wir haben die zurück auf den Boden geholt für die Pendler. Diese Kreisel stabilisieren das Fahrzeug und sorgen für das magische Fahrverhalten von 0 auf 100 in 4 Sekunden. Die Möglichkeit, sich bis zu einem Winkel von 45 Grad in die Kurve zu legen. Wir glauben, es wird schneller sein als eine MotoGP-Rennmaschine. Schneller als ein Rennmotorrad, wendig wie ein Scooter und komfortabel wie ein Auto. Bei ersten Probefahrten hält der Hybrid, was er verspricht. Um ein Unternehmen zu gründen, musst du verschiedene Hüte tragen. Ich war die Schnittstelle von Design, Ingenieurskunst und auch auf der geschäftlichen Seite. Die Design-Hochschule hat mir geholfen, die Architektur des Ganzen aus einer übergeordneten Perspektive zu betrachten. Als ich dann in Silicon Valley kam, schlossen sich die letzten Lücken. Vom Konzept über die Geldbeschaffung bis zum Bau des Prototypen hat Danny Kim acht Jahre gebraucht. Wir betrachten das Fahrzeug als einen großen Roboter. Wir haben Sensoren an allen möglichen Stellen, die das Fahrzeug überwachen. Dann gibt es diesen Computer, der all die Daten in einen Algorithmus einspeist, der wiederum eine permanente Rückmeldung gibt und Befehle an die Kreisel oder das Vorderrad oder die Traktionskontrolle schickt. Und all diese Dinge sorgen dafür, dass das Fahrzeug aufrecht und jederzeit in Balance bleibt. Zumindest bei leichten Unfällen bleibt das Fahrzeug aufrecht. Sogar auf Glatteis kann man damit fahren. Bei Vergleichstest mit einem Motorrad wurde die Standfestigkeit des fahrenden Roboters eindrucksvoll vorgeführt. Den Mythos Kalifornien gab es bereits vor dem Land. Rund drei Jahrzehnte bevor der erste Europäer an der Westküste anlegt, beschreibt der spanische Ritter und Poet Gassi Rodriguez de Montalvo eine traumhafte Insel westlich von Indien. Eine wilde Landschaft, geprägt von riesigen, zerklüfteten Felsen. Allein die Reise hatte er nie unternommen. In seiner Fantasie war hier das Paradies. Ein Land voller Reichtümer und Gold, ähnlich wie Atlantis. Herrscherin über die Schätze war Königin Kalifa. Sie befehligte ein Heer von kampfbereiten Amazonen. Für eine lange Zeit war Kalifornien nicht mehr als eine Vision, ein Gefühl, ein Mythos. Dabei war es auch für 10.000 bis 12.000 Jahre die Heimat der vielfältigsten Urbevölkerung auf dem ganzen Kontinent. Die meisten Historiker, die Anthropologen und Archäologen glauben, das hat damit zu tun, dass jeder Stamm sich auf das jeweils vorherrschende Mikroklima einstellen musste. Die Wüstenstämme im Süden Kaliforniens etwa oder die Stämme am Colorado-Fluss haben eine ganz andere Kultur und Ästhetik als die Stämme der Plateaus. Sie alle passten sich an und nutzten die unterschiedlichsten Erfindungen. Diese Vielfalt spiegelt sich auch in den Sprachen wieder. Es gab rund 100 verschiedene Sprachen. Die indigene Kultur war außergewöhnlich reich und vielfältig. Bis ins 19. Jahrhundert war Kalifornien spanische Kolonie. 1821 ging das Land an Mexiko. 25 Jahre später eroberte es die USA. 1848 wurde Gold entdeckt. Die Bevölkerungszahl explodierte innerhalb eines Jahres von 14.000 auf 120.000 Einwohner. Der Mythos vom Reichtum Kaliforniens war nun Realität. Und so sollte es von da an bleiben. Heute leben hier knapp 40 Millionen Menschen. damit ist Kalifornien mit Abstand der bevölkerungsreichste Bundesstaat der USA. Nach dem Goldrausch kam der Ölboom. Um die Wände zum 20. Jahrhundert wurden bei Bakersfield und im Raum Los Angeles riesige Ölvorkommen entdeckt, die heute noch sprudeln. Mit dem Reichtum kam der Glamour. 1910 wurde der erste Film in Hollywood gedreht. Es war der Anfang einer rasant wachsenden Industrie. Das kalifornische Licht, die Tönung, der Schatten, die Form des Lichts waren der Grund dafür, dass die Filmindustrie nach Westen zog. Die Chance, 300 Tage im Jahr draußen zu filmen, ermöglichte es den Regisseuren, sich frei zu entfalten. Heute sehen wir, dass die Filmindustrie mit all ihrem Erfindungsreichtum sich mit der Digitaltechnik und den Ideen aus dem Silicon Valley verbindet. Die Wechselwirkung zwischen Science Fiction und Realität beflügelt bis heute den Aufschwung Kaliforniens. Im Zeitalter der Virtual Reality verschwimmen die Grenzen zwischen Wahrheit und Wahrnehmung zunehmend. Für den Two-Bit Circus ist das Programm. Ich bin Eric Gretner. Und ich bin Brent Buschnell. Wir sind zwei riesengroße Nerds und wir haben zusammen Two-Bit Circus gegründet. Wir haben den Jahrmarkt neu erfunden. Den Jahrmarkt der Zukunft. Wir sind die Intersection von Tech und Entertainment. Wir sind hier am Schnittpunkt von Tech und Entertainment. Fährst du da lang, landest du am Silicon Beach mit seiner aufregenden Start-up-Szene. Fährst du dort lang, kommst du nach Hollywood, wo die Träume für die ganze Welt gemacht werden. Und genau dazwischen sind wir. Technik auf der einen, Kinomagie auf der anderen Seite. Der Blogger und Podcast-Produzent August Bradley beschäftigt sich seit Jahren mit dem Zusammenspiel von Mensch und Maschine. In seinem Videoblog Mind and Machine erörtert er mit Größen der Tech-Industrie Fragen der Zukunft. Aber alles, worüber er berichtet, probiert er auch aus. Ich sehe ein riesiges prähistorisches Tal mit einem riesigen Wasserfall. Oh Gott, jetzt tauche ich ein in einen lichten Wald, sehe einen Brontosaurus am Ufer. Wow. Das war eine einzigartige Erfahrung mit virtueller Realität. Ich habe schon viel gemacht, bei dem du nur in einem Raum stehst und Sachen machst. Das war schon ganz gut. Aber das da hinten, das ist die nächste Stufe. Die Bewegung und die Art und Weise, wie die Schwerkraft sich auf deinen Körper auswirkt, das kann man alles spüren. Eine Mischung aus Ideen, Fantasiewelten und Realität. Aus Spiel und Ernst. Aus Spaß und Big Business. Aus Nostalgie und Zukunft. Einer der ersten Einflüsse in Silicon Valley war Atari. Atari war ein Spielehersteller. Der Gründer von Atari war Nolan Bushnell. Interessanterweise hier bei Two-Bit Circus ist einer der Gründer Brent Bushnell, der Sohn von Nolan Bushnell. Silicon Valley ist eine sehr kalifornische Sache. Es hatte diesen bestimmten Hintergrund. Da war zum einen die Stanford-Universität und einige der ersten Risikokapitalgeber, die sich unter anderem um Intel geschart hatten. Irgendwann wurde das dann alles zu einem Selbstläufer. Du hast einige Erfolge, du machst Geld. Da gibt es Leute, die das sehen und ihren Job kündigen, um selber in einem neuen Unternehmen zu arbeiten. Wenn es erfolgreich war, verkaufst du es und steckst das Geld in das nächste Ding. Die sehen, was andere machen und sie hassen ihren Acht-Stunden-Job. Sie wollen daraus, was machen, die Welt verändern. Das hört man oft im Silicon Valley. Dieser selbstreferentielle Kosmos war und ist der Nährboden für die Tech-Giganten unserer Zeit. Ob Elon Musks Tesla, ob Mark Zuckerbergs Facebook, das mittlerweile 2,3 Milliarden Nutzer hat und trotz Kritik und Datenmissbrauch konstant wächst. Ob Larry Page und Sergey Brinz Google mit einem Jahresumsatz von knapp 110 Milliarden Dollar bis zum iPhone-Giganten Apple, dem reichsten Unternehmen der Welt. Sie alle sind im Umkreis von wenigen Kilometern entstanden. Adam Fisher ist hier geboren und hat die jüngste Geschichte studiert. Warum ist das mit dieser kleinen Hippie-Firma Apple ausgerechnet hier passiert? Und was passierte dann? Die geheime Zutat, das waren wirklich die Hippies oder sagen wir eher die sogenannte Counter-Culture. Diese Leute haben einen regelrechten Fetisch daraus gemacht, grundsätzlich anders zu denken, gegen den Strom zu schwimmen und alles selbst zu machen. Aber sie haben sich eben auch mit technischen Dingen beschäftigt, wie dem besten Personal Computer damals in den 70ern. Die Idee, die hinter diesen Werkzeugen steckte, war Selbstermächtigung. Über Möglichkeiten, den Computer zu demokratisieren, wurde im Homebrew-Computer-Club in Menlo Park heftig debattiert. Mit dabei zwei Freunde, Steve Jobs und Steve Wozniak. In einem Interview äußerte sich der Apple-Guru zu den Hippie-Wurzeln. Wir waren unterwegs in der Mission Gottes. Es ging darum, Apple zu retten. Es geht mir nicht darum, Recht zu haben. Es geht mir um den Erfolg. Da war mehr dahinter. Mehr als das, was du sehen konntest. Es ging um mehr im Leben, als nur um den Job, eine Familie, zwei Autos in der Garage und eine Karriere. Es gibt da diese andere Seite der Münze. Etwas, worüber wir nicht viel reden. Und manchmal, wenn die Dinge durcheinander kommen und so etwas wie eine Lücke in der schönen Ordnung entsteht, dann spürst du plötzlich diesen Ansturm von etwas. Viele Menschen haben sich damals aufgemacht, um herauszufinden, was das war. Man beschäftigte sich mit Throw oder mit indischer Mystik. Die Hippie-Bewegung wollte das ergründen. Für die Söhne und Töchter der Hippies ist die Freiheit des Denkens noch immer das teuerste Gut. Scout Balkowski lebt in Sausalito, am Fuße der Golden Gate Bridge in einem Hausboot. Einen festen Wohnsitz, ein Haus mit Doppelgarage ist für ihn undenkbar. Ich bin ganz sicher, dass das meiste hier sich aus der Hippie-Generation heraus entwickelt hat. Hier zu leben ist in vielerlei Hinsicht eine Alternative und die Gegend hier, das ist nicht ganz billig. Wir hatten Glück. Wir sind finanziell am unteren Ende der Skala, das steht fest. Aber es ist wunderbar hier. Und wenn man die Idee in der Hippie-Bewegung so sieht, dann ja, dann würde ich mich dazu zählen. Die Hippies von Sausalito sind mittlerweile in die Jahre und zu gewissem Wohlstand gekommen. Doch die Freiheit, jederzeit Segel setzen zu können, auch wenn das nur eine Illusion ist, lassen sie sich nicht nehmen. Auch die zweite Hippie-Generation hat Unternehmertum im Blut. Ein fester Job kommt für Scout Balkowski nicht in Frage. Erst hat er Autos umgebaut, nun hat er den Zeitgeist erkannt und baut E-Bikes. Das hier war eigentlich bereits eine Verbesserung. Ich habe, bevor ich herkam, in einer Jurte gelebt und davor vier Jahre lang in einem Auto. Die Gelegenheit, auf einem Hausboot zu leben, war dann wirklich sehr schön. Aber nicht so konventionell wie ein richtiges Haus. Hauptsache unkonventionell. Bausparverträge, Versicherungspolizen oder Pauschalurlaub sind nicht die Welt von Scout Balkowski. Eine Haltung, die in Kalifornien weit verbreitet ist. Ich habe jemanden auf so einem Rad gesehen und fand das richtig cool. Und als Fahrradfahrer und Motorradfahrer schaue ich immer nach neuen Fahrmöglichkeiten. Beides zusammen fand ich cool und habe eins und eins zusammengezählt. Habe herausgefunden, wo es die Motoren gibt, habe welche bestellt und Fahrräder umgebaut. Andere haben mich dann damit gesehen und danach gefragt. Ich sagte, ich bin Mechaniker und kann dir damit helfen. So entwickelte sich das dann. Ich hatte nie die große Idee, ich mache das jetzt. Es ist einfach passiert. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, dachten sich auch die Macher des kleinen Computerfachblattes Electric Word, Jane Metcalf und Louis Rosetta. Ihre Idee, ein technikaffines Lifestyle-Magazin verlegt und produziert im Land der Träume und Träumer. Als wir nach Kalifornien kamen, trafen wir lauter Träumer. Und ihr Traum war es, Werkzeuge für die Menschen zu erschaffen. Und die Werkzeuge, die sie schufen, sollten den Lauf der Dinge ändern. Auf jeden Fall zogen wir nach Kalifornien. Und wie Louis immer sagt, zur Glanzzeit des Römischen Reiches musst du doch in Rom leben. Nach Kalifornien zu ziehen, nach San Francisco, war für uns das offensichtlich einzig Richtige. Denn hier war nicht nur die Technologie, sondern auch diese explosive kulturelle Szene von San Francisco. 1993 erschien die erste Ausgabe von Wired. Mit seiner thematischen Mischung von Glamour, Technik und New Economy war das Magazin ein absolutes Novum und wurde zum Medium der Geeks und Technikfreaks. Wir stießen auf offene Türen, als wir hier ankamen. Es war erstaunlich, der Unterschied erst von Amsterdam nach New York und dann von New York nach Kalifornien. Mit jedem Umzug, den wir machten, wurde unsere Zukunft möglicher. In Amsterdam gibt es kein Risikokapital. Keine Leute, die einen festen Job aufgeben, in der Hoffnung, dass etwas passiert. In New York, das ist verrückt. Ich erinnere mich, dass ich geschockt war, wie düster die Gebäude waren. Alles war irgendwie dunkel und düster und alle waren in so einer grimmigen Laune. Dann bin ich nach Kalifornien gekommen und da war die erste Computer-Freiheits- und Datenschutzkonferenz, wo das FBI sich mit den Hackern traf und den Bürgerrechtsaktivisten. Es war eine irre Konferenz. Einer der Teilnehmer hatte ein Boot und hat einige von uns auf sein Boot eingeladen. Da war ich also draußen in der Bucht und drehte mich um zur Stadt und sie war weiß. Und wieder werden die negativen Folgen des Booms mit der nächsten genialen Idee bekämpft. Es sind einige wenige Konzerne, die die Tourismusindustrie kontrollieren. Eigentlich ist das die größte Industrie in San Francisco, sogar größer als die Tech-Industrie. Dann kam Airbnb, kreuzte die Digitale mit der realen Welt und höhlte die Hotelindustrie aus, ließ sie in die Knie gehen. Das ist eine Art Gegenkultur. Diese Nerdkultur, wie ich sie nennen würde, das ist, wenn man so will, ein Hybrid zwischen der Counter-Culture und der Tech-Kultur. Das ist jetzt eine eigene Kultur. Airbnb, das kommerziell genutzte Netzwerk im Internet für Buchungen und Vermietungen von privaten Unterkünften, zählt zu den vier wertvollsten digitalen Start-ups weltweit. Der Börsenwert liegt bei 31 Milliarden Dollar. Die Gründer, Brian Chesky, Joe Gebbia und Nathan Blekarczyk waren mittellose Studenten. Airbnb wurde vor zehn Jahren gegründet und alles begann, als zwei unserer Gründer, die in San Francisco lebten, Schwierigkeiten hatten, ihre Miete zu bezahlen. Da stand gerade eine große Designkonferenz an und San Francisco hat, wie so viele Städte, einen Mangel an Hotelzimmern. Also konnten viele Konferenzteilnehmer keine Übernachtungsmöglichkeit finden. Da haben die beiden Gründer gedacht, wir haben doch Luftmatratzen und ein bisschen Platz in der Wohnung. Lasst uns doch eine Website aufsetzen und sehen, ob jemand zu uns kommen will. An dem Wochenende haben gleich drei Leute bei ihnen übernachtet und sie haben gemerkt, dass viel mehr hinter der Idee steckte, Menschen in der eigenen Wohnung zu empfangen und ihnen eine ganz andere Erfahrung zu vermitteln. Das war der Anfang von Airbnb. Einige Jahre später stehen wir hier und haben ein rasantes Wachstum hingelegt. Wir sehen eine Veränderung, wie Leute ihre Wohnungen nutzen oder freie Räume, wie Leute reisen. Für uns ist es aufregend zu sehen, wie die Menschen mit Räumen umgehen, aber auch, wie sie andere Menschen und Kulturen erleben. Fünf Millionen Unterkünfte in 85.000 Städten können auf der Airbnb-Plattform mittlerweile gebucht werden. Darunter 3000 Schlösser und 2200 Baumhäuser. Airbnb hat das Hotelgeschäft herausgefordert und die Städte verändert. Und die sogenannte Sharing Economy, das Teilen von Ressourcen und Dienstleistungen, ist erst am Anfang. Was Kalifornien so besonders und einzigartig macht, ist der Unternehmergeist. Es geht immer darum, lass uns was versuchen und sehen, ob es funktioniert. Und da ist keine Angst vor dem Scheitern. In mancherlei Hinsicht wird Scheitern hier sogar richtig gefeiert. Ich glaube, das ändert die Art, wie die Menschen große neue Projekte und Ideen angehen. Außerdem glaube ich, wir haben so viele talentierte, kreative, kluge Köpfe, die alle hier zusammenkommen. Und das generiert eine Menge Wirbel und Innovation. So ist es kaum verwunderlich, dass nach Energie, Umwelt und Verkehr auch die Revolution der Ernährungsindustrie in einem unscheinbaren Industriebau in Downtown San Francisco geplant und vorbereitet wird. Just heißt das Start-up, das sich nichts Geringeres vorgenommen hat, als die Welternährung von Tierischen auf pflanzliche Proteine umzustellen. Und das ohne auf den Konsum von Fleisch zu verzichten. Das Motto immer sichtbar für die Querdenker von Just Spring Trau dich Alles hier dient dem Zweck, Menschen besser zu ernähren. Zurzeit ernährt sich die Welt nicht richtig. Wir wollen das ändern. Gesundes Essen sollte ein Grundrecht sein. Die heutige Nahrung ist voller Zucker und tierischen Proteinen. Die Menschen sollten sich gesund und nachhaltig ernähren. Was wir hier tun, ist neue Werkzeuge zu entwickeln, um die Nahrung zu verbessern, damit mehr Menschen sich gesund ernähren. So einfach ist das. Das Fernziel von Just ist es, die Welt mit ausreichend Fleisch zu versorgen, ohne dass dafür Milliarden Tiere geschlachtet werden. Unser Ziel ist es, richtiges Fleisch zu produzieren. Echtes Fleisch aus Tierzellen. Wir erweitern unsere Plattform um unterschiedliche Produkte. Etwa Geflügel, Rind, Schwein oder um andere Tierarten zu erzeugen. Wir wollen die Zellen wachsen lassen und danach sollen die Kunden das Produkt erkennen. Am Geschmack etwa. Das kann unter Umständen sogar besser schmecken als konventionelles Fleisch. Fleischzellen beinhalten die genetischen Informationen, Proteine sind die Nährlösung. Immerhin, Chicken Nuggets gibt es bereits. Was heute nur im Labormaßstab gelingt, soll bald eine Industrie werden. Was wir hier sehen, das ist unsere Vision für die Zukunft. Das ist unsere Anlage für die künstliche Fleischproduktion und sie hat etwa die Dimension des größten amerikanischen Schlachthauses. Was Sie hier sehen, das sind die Bioreaktoren. In diesen riesigen Behältern werden die Zellen wachsen. Wir reden hier über eine Produktion von 200 bis 400.000 Litern. Diese Menge brauchen wir, um die Welt zu ernähren. Welche Proteine aber für welche Prozesse am besten geeignet sind, wird noch erforscht. Dazu haben die Wissenschaftler eine umfangreiche Sammlung von Pflanzen aus der ganzen Welt angelegt. Udi Lassimi ist Chefbotaniker bei Just und reist in die entlegensten Winkel der Welt auf der Suche nach exotischsten Samen. Dabei kommt es darauf an, dass sie eine möglichst gute Proteinquelle sind und als pflanzlicher Nährboden für tierisches Eiweiß eingesetzt werden können. Das Zellenwachstum, das im Körper der Tiere stattfindet, soll später einmal in Bioreaktoren ablaufen. In diesem Raum lagern wir alle Pflanzen, die wir rund um den Globus in mittlerweile 60 Ländern eingesammelt haben. Ich reise in alle Ecken der Welt, um unterschiedliche Materialien und Pflanzen zu sammeln. Die werden dann mit unseren molekularen und funktionalen Testsystemen analysiert. Das ist ein automatisiertes System mit einer extrem großen Durchlaufgeschwindigkeit. So können wir potenzielle Anwendungen entdecken. Angesichts der weltweit mehr als 300.000 Arten hat der Botaniker noch viele Entdeckungsreisen vor sich. Erkundung ist eine meiner großen Leidenschaften. Völkerkunde und agrarhistorische Wissenschaften kommen zusammen, um unser Wissen hier zu bereichern. Meine Kriterien bei der Suche nach Proben sind Fragen wie, wo gibt es die höchste Biodiversität? Wo leben Gemeinschaften, die dafür bekannt sind, nur lokale Pflanzen zu verwenden? Dadurch haben sie eine große Vielfalt an Arten in ihrer Landwirtschaft und somit auch in ihrer Ernährung. Und das Wichtigste, ich knüpfe Kontakte. Jede Probe wird im Labor in Bezug auf ihre molekularen Eigenschaften analysiert. Erst werden Proteingehalt und Hitzebeständigkeit bestimmt, dann geprüft, ob das Protein bindet, ob es bräunt oder geliert. Haben wir erstmal die wichtigsten Bestandteile für unsere Studien extrahiert, bestimmen wir die Proteine. Mit diesem Gerät können wir sehr schnell unterschiedliche Versuche machen und erkennen anschließend an der Farbe, in welchen Extrakten mehr Proteine sind. Je dunkler das Grün, desto höher der Proteingehalt. Mit Hilfe dieses Prozesses können wir sehr schnell die vielen Pflanzen aus den verschiedenen Regionen klassifizieren. Das geht schneller, als jede Probe einzeln zu analysieren. Wir kommen so zu einem Grundwissen und da kommen unsere IT-Spezialisten ins Spiel, die uns helfen, die Daten zu interpretieren. Riesige Datenmengen werden mit speziellen Algorithmen sortiert und für die Forscher aufbereitet. Die meisten Anlagen, die wir hier benutzen, kommen aus der Computertechnik. In der Lebensmittelindustrie ist man eher konservativ in der Benutzung solcher Technologien. Dazu kommt, das sind riesige Investitionen. Unsere Firma glaubt an Innovation und sucht nachhaltige Lösungen. müssen wir bei unseren Forschungen neue Wege gehen. Mit diesen Technologien haben wir das richtige Werkzeug beisammen. Unser internationales Team arbeitet dann an der Lösung der Probleme. Rund 120 Millionen Dollar wurden seit der Gründung 2011 in das Unternehmen investiert. 130 Mitarbeiter aus unterschiedlichsten Branchen, von Softwareentwicklern über Chemiker, Biologen und Botaniker bis zu Köchen, arbeiten hier auf einer Fläche von rund 8000 Quadratmetern. Seit fünf Jahren ist das erste Produkt auf dem Markt. Just Egg. Eine Rührei-Mischung ganz ohne Ei. Außerdem Mayonnaise und Speiseeis. Fleisch ist das Fernziel, aber um die Forschung zu finanzieren und die Investoren bei der Stange zu halten, muss sich Just bereits jetzt auf dem Lebensmittelmarkt behaupten. Water. Die Produkte, so das Credo von Just, sollen gesund, nahrhaft, nachhaltig und ethisch sein. Doch um sich auf dem Markt durchzusetzen, müssen sie vor allem gut schmecken. Um das zu gewährleisten, stehen hier gleich mehrere Spitzenköche in der Probeküche. Man muss nur an den Goldrausch Mitte des 19. Jahrhunderts denken. Kalifornien war dieses Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Für die Menschen auf der anderen Seite des Landes war es ein sehr weiter Weg hierher und ich denke, dieser Pioniergeist von damals ist Inspiration für Silicon Valley, San Francisco und die ganze Region. Das hat sich gepaart mit den technologischen Umwälzungen und hat die wildesten Erfindungen vorangetrieben, die aus dieser Gegend kommen. Dieser Pioniergeist ist nie verschwunden und ich denke, das ist das Erbe Kaliforniens. Aus der Sicht der Ernährung muss gesagt werden, Kalifornien hat die meisten Mikroklimazonen von allen Staaten und sogar von der Mehrheit aller Länder der Welt. Hier wachsen Dinge, die nirgendwo sonst zu finden sind und es gibt eine Menge davon und eine Menge Varianten. Also die Möglichkeit, sehr unterschiedliche Dinge zu probieren, ist etwas, was dieses Land sehr besonders macht. 1300 Kilometer Küste, 4400 Meter hohe Berge, 300 Sonnentage, die klügsten Köpfe, coolsten Städte und Geld ohne Ende. Kalifornien bleibt wohl noch lange, was es ist. Das Zukunftslabor der Welt.